Willkommen. Heute wollen wir im QGIS-Projekt der aktuellen Instanz mit dem Koordinatensystem etwas spielen, neu setzen, aber auch auslesen. Ich habe hier schon einiges vorbereitet. Wir haben wieder eine aktuelle Instanz in die Variable gesetzt des Projektes und anschließend wieder set.crs. Das findet ihr in der Klasse vom QGIS-Projekt. Das findet ihr hier in der Klasse des QGIS-Projektes und es wird ein eigenes Objekt QGIS-Koordinatenreferenzsystem benötigt, um das Koordinatenreferenzsystem zu setzen. Das aktuelle Koordinatenreferenzsystem seht ihr unten. Das ist bei mir die 25833 und wir wollen es jetzt einfach mal neu setzen und nehmen einfach mal die 25832 und lassen dann anschließend das aktuelle Koordinatenreferenzsystem die Beschreibung uns ausgeben. Die Beschreibung ist ein Attribut aus der Klasse QGIS-Koordinatenreferenzsystem. Wir gehen dazu nochmal hier rein. Das ist einmal das set.crs. Man kann das Auslesen des aktuellen Koordinatenbezugssystems wird als crs bezeichnet. Es wird ebenfalls ein Objekt QGIS-Koordinatenreferenzsystem zurückgegeben. Wenn wir hier drauf klicken, können noch verschiedenste andere Attribute herausgelesen werden oder Methoden angewandt werden. Description suchen wir. Und hier sehen wir, dass der Rückgabewert für Description ein String ist und gibt eben den Namen des Koordinatenbezugssystems an. Wir können auch hier zum Beispiel auch den Ellipseiten uns anzeigen lassen oder verschiedenste andere. Am besten die Klasse QGIS-Koordinatenreferenzsystem. Hier oben seht ihr auch den Link. Euch anschauen und alles mal ausprobieren. Wir führen den Code aus und wir sehen jetzt hier unten, dass er sich von 25.833 und 25.832 geändert hat. Und 832, der offizielle Name ist ETHS 89, UTM Zone 32N. Wir ändern einfach mal wieder das zurück und setzen für das Projekt, also nur für das Projekt, das Koordinatenbezugssystem neu. Ihr schaut hier unten rechts und es ändert sich auf das, was für mein Projekt das amtliche Koordinatenbezugssystem ist. Wie schon gesagt, können wir auch andere Informationen erhalten, zum Beispiel den internationalen CAS-ID. Dafür nehmen wir einfach mal dieses Attribut, setzen das hier ein, führen den Code aus. In dem Fall heißt die ID die 2106. Bis zum nächsten Video.